Hallo Freunde, ich bin's. Ich möchte euch hiermit sagen, dass wir am 20. Juni unser Hotel eröffnen werden. So können wir plangemäß unser HD-Treffen dieses Jahr am 21. sinngemäß und plangemäß stattfinden lassen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf euer Kommen und ich glaube, wir werden wieder viel Spaß haben, einige tolle Ausfahrten zusammen machen, gemütliche Abende verbringen und beieinander sein und zusammen sein, so wie wir es als Biker einfach mögen. Ich freue mich wahnsinnig auf euer Kommen und richtet euch her, die Dina, der Alwan und ich sind da und wir freuen uns schon, wenn es wieder richtig losgeht und wir unser Hotel mit dem Motorrad-Fun aufsperren können. Bis bald, euer Ami. Müller